Schön gemacht, freie Bahn vorwärts für Thierry Dubai. Und jetzt Bienvenue, der Kohle aus dem Tor, Buh, er hat es nicht gesehen, aber er trifft trotzdem und IB führt mit 1 zu 0 und das völlig verdient. 40. Minute, Bienvenue, 1 zu 0. Bienvenue ist der Torschütze, die wenigen IB-Fans flippen Ski raus und wir fragen uns, heißt das im Endeffekt Willkommen, Bienvenue in der Champions League oder auf alle Fälle in der Champions League Barrage. Bienvenue und dann steht Goalie Volkan, der zunächst gut reagiert hatte, nach seinem zweiten Fehler doch ziemlich doof da, ehrlich gesagt. Hier, er nimmt nicht seine Torüter-Ecke, er ging schon mal raus, schauen Sie, der lässt hier seine Ecke offen und Bienvenue bedankt sich mit dem 1 zu 0. So, jetzt darf einfach kein Tor mehr fallen in den nächsten 50 Minuten und dann wäre IB weiter.